Nicht jeder Button soll für dich den gleichen Job erledigen. Deshalb gibt es in HeyFlow sogenannte Button Actions bzw. Button Aktionen. Das heißt, du kannst einem Button genau sagen, welchen Job er für dich erledigen soll. Sollen alle Daten abgeschickt werden, nachdem der Button angeklickt wurde? Möchtest du, dass nachdem ein Button angeklickt wurde, ein bestimmter Screen übersprungen wird? Oder einfach nur der User auf den nächsten Screen weitergeleitet wird? Dies und viel mehr lernst du in diesem Video. Mein Name ist Samir und willkommen bei HeyFlow. Du kannst einem Button eine Aktion zuweisen und ihm so genau sagen, welchen Job er für dich erledigen soll. Hierfür klickst du einfach nur den entsprechenden Button an, im Editor, damit du dir diesen Button angeklickt und kannst dann eben hier über die Schaltfläche Aktion auswählen, was dieser Button für dich tun soll. Genau. Und in diesem Fall haben wir jetzt mal zum Beispiel die Überlegung, den User auf einen bestimmten Screen weiterzuleiten und könnten ihn so zum Beispiel auf den Screen englisch, also den übernächsten Screen, den Screen 5, weiterleiten. So, und jetzt würde eben egal, welche Option ausgewählt wird, der User auf den Screen 5 weitergeleitet werden. Stell dir immer sicher, dass du einen sogenannten Absenden-Button, eine Absenden-Aktion in deinem Knick-Flow hast, damit am Ende des Tages auch alle Daten dich erreichten. Hierfür verwendest du eben den sogenannten Absenden-Button und immer eben auch die Absenden-Aktion. Ja, und die ist hier eben auch in diesem Button direkt schon vordefiniert. Das war's zum Thema Buttons und Button-Aktion.